hallo und willkommen zurück zu einer neuen folge hier in der michael stadt staffel 2 folge 8 ja ich sag mal so das atomkraftwerk ist schon so gut wie fertig und wir schauen uns heute mal die schöne explosions animation an und ihr seht hat hier auch schon snow drüber gewürtet die liebe snowman war nämlich hier und ja wir haben das atomkraft jetzt mal ein bisschen schöner machen lassen sagen wir es mal so es wird jetzt von snowman alle mitarbeiter wenn ein gesundheitsinspektor oder ähnliches kommt ganz normal verhalten dieses kraftwerk entspricht vollkommen den gesetzen und das werden sie auch betonen wir machen hier doch nichts illegales nicht wahr ja eigentlich nicht so weit ich weiß ja hier oben ist freddy verstorben ihr werdet gleich noch merken was es damit auf sich hat hier rechts steht übrigens ein timer runter wann die nächste ansage stattfindet hier haben wir dann alle rots drin die natürlich schon winter genau ja das ist ganz schön lieben snowman gehört er hat ein paar sachen eingesprochen und die werden jetzt wieder abgespielt große sonderaktion nur heute sie bekommen nicht nur drei nicht nur vier sondern fünf und 70 verbrauchte brennstäbe zum mitnehmen zum preis von keinem auch das ist ja nett also das ist echt zuvorkommend er hat sieben verschiedene ansagen eingesprochen mal gucken ob es ja heute alle hören werden denn okay nur gelegt ja wie gesagt das wird von snow gesponsert das heißt wenn ein jogger hinkommt hat er vielleicht mehr lustig das anzuschauen hier haben wir übrigens jetzt einen radioaktiven laster also ich habe jetzt versucht so ein paar so artikeln hier mal gucken welche ansage kommt jetzt sind sie geld essen gerne donuts sind alkoholiker und suchen einen entspannten job bei dem sie nichts machen müssen und die ganze zeit schlafen können dann sind sie hier genau richtig unterschreiben sie gleich heute einfach den 50 jahres vertrag bei halbem gehalt und ohne krankenversicherung denn diesen unnötigen kram braucht doch eh kein mensch wer weiß genau hier drin hat sich nicht wirklich was verändert außer jetzt draußen der parkplatz aber sonst eigentlich nicht hier die schleusen funktionen immer noch so wie vorher sollte derzeit mal wirklich ein bisschen hoch schrauben und home eigentlich immer noch mit hat sogar nichts abgespielt genau ja danke jetzt mal hier hoch gehen und zwar auf richtung cafeteria open the door dankeschön hier fehlt immer noch die animation oder auch gar keine rein mal gucken genau hier drin ist noch alles so wie vorher aber sitzt da auch noch ja ich würde mal sagen wir sind ja hier wegen der schönen animation und wochen wir alle ja so gut dann würde ich mal sagen legen mal kurz den hebel hier um attention core meltdown has been activiert please evacuate die area or you will die core stat ist kritisch die nuklearexplosion ist unabhängig core meltdown wurde deaktiviert. Danke, dass wir jetzt ein bisschen länger leben können. Keinexplosion Aaaaaah Aaaaaah Ach du heiliger Au 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 Und ihr seht das Kraftwerk wurde komplett in die Luft gesprengt Oh die shit Aber es wieselte sich wieder. Zack er also wieder. Genau Aber ihr habt gesehen Das Kraftwerk das geht jetzt wirklich richtig in die Luft Klar, man kann ja sagen ein bisschen mehr schon einmal zu arbeiten Aber das war schon ziemlich viel Arbeit, glaubt mir Das wollt ihr gar nicht wissen Kurz abstechen in die Technik Muss uns gucken, hier unten, genau Das ist nämlich die Technik für die Explosion Und hier oben ist die Technik zum Reloaden Sprich wie ich kann Au 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 Ich kann noch ganz kurz per Hand einmal Die zerstörte Wesen des Kraftwerkstaden Sieben ist jetzt Eine Hälfte zerstört, die andere Hälfte existiert noch. Moment So Genau Dann tun wir jetzt noch kurz die Tiere einmal töten Ist nämlich wichtig Es ergibt wenig Sinn Dass natürlich jetzt Dass hier in der Mitte alles kaputt ist Obwohl die Explosion eher rechts war Das Problem war einfach nur Dass ich den Arm aus dem Stand schon So weit ran holen musste Ich seh den jetzt grad nicht Weil, wenn man weiter weg geguckt hätte Hätte man die ganzen Explosionen nicht gesehen So Keine Ahnung, wir haben Explosionen einen sehr geringen Radius Aber ja Ihr seht zwar hier die ganze Technik vom Kraftwerk So ein bisschen offen gelegt Jetzt hat sich ordentlich was kaputt gegangen Ähm Joa Genau Schornstein ist halt kaputt Ihr könnt ja auch denken Dass hier in der Mitte was durchgerusht ist Einfach so Wamm da durch Ich Ja Ja Ne Einfach Ein Wörterblock reinlade Passt mal auf Es werde ein neues Kraftwerk Tada Da steht's wieder Ui Kartoffelkanon Ja warte mal Weil ich sie richtig treffe Könnte ich sogar Freddy treffen Aber naja Gut Ähm Das ist aber natürlich noch nicht alles Also ihr habt jetzt gesehen Das Kraftwerk kann explodieren Wunderbar Äh Ihr seht Wow Waren hier vorher schon so viele Bäume? Und die Antwort ist nein Ähm Denn Minecraft Stadt Wurde jetzt ein wenig umweltfreundlicher Ja Also ihr seht Hier sind überall Bäume jetzt Und nicht nur hier Wir können mal ganz kurz Anfangen bei Der Pizzerie Ja Denn Ah Werden wir gleich rufen Und zwar hat Mr.Bain hier wieder was schönes eingesprochen Moin Mensch Du siehst doch ausgehungert aus Komm rein Und hol dir was zwischen die Kohlösten Ja Gerne Aber jetzt nicht Ja Genau Und Fangen wir mal hier drüben an Bei der Schule Ja Habt ihr vielleicht schon gesehen Das hier ordentlich Wald ist Und da dachte ich mir kommen Ja Ihr seht schon Noch mehr Wald Und Noch mehr Wald Und Noch mehr Wald Und Noch mehr Wald Ja Der Grund dafür war eigentlich hauptsächlich dass der Berg ziemlich kahl aussah Und zwar wirklich kahl Und Ja gut da könnte man vielleicht noch was rein bauen Ja Ja Und ihr seht hier schon Auch wenn es langsam lädt Wir haben ein ordentliches Waldgebiet Die Bergkirche steht jetzt auch im Wald Also sprich man hat hier ordentlich was zu sehen Und hier steht der Meckdorf schön vom Wald umrandet So kein bäschchen hier Und ich habe noch abgeändert dass man jetzt einmal kurz durch den drive in fährt Schlup Einmal durch den drive in Hallo Liebe zahlen bitte Ja bitte hier nehmen sie mein geld dankeschön Ich möchte hier mein essen haben Hier ist uns ausgabe ja Schlup Mein essen mitgenommen dankeschön Und da drehen wir um Wir fahren wieder auf die strecke Und fahr jetzt nochmal an die haltestelle Sollten wir Aber ja ihr habt ihr gesehen Ist doch ein bisschen buggy aber ja Genau Hier kommt ein schöner kleiner außenbereich hin Äh Zombie Ah jetzt sind die Köpfe genau Äh Und jetzt haben wir den Spielplatz ein bisschen in den Wald integriert Erinnert so ein bisschen an das Spielslide in der Woods Weiß wie man das kennt Ja Da haben wir schöne Aussicht vom Berg auch ein bisschen runter Wunderschöne Aussicht Ein bisschen sehr viel Schnee sogar Oh jetzt müssen wir das kaputt Auch gut Ähm Ja Ja Also es ist einfach alles ein bisschen grüner geworden Wenn sie mal ein bisschen bereich besser anschauen Also ihr seht hier ist ordentlich äh Im Wald Wirklich sehr Irgendwie ein bisschen übertrieben mit den Vögeln Na Aber sie sind auch der Friedhof so ein bisschen vom What der Okay gut Eingebaut worden Und hier ist jetzt auch überall weit auf dem Berg Das war alles vorher freie Fläche Klar man könnte jetzt hier noch so ein bisschen ne Diese Teile so ein bisschen verbinden von den großen Bäumen Aber ja Genau Sag ich mal Geben wir mal in Meckdorf rein nochmal Denn hier drin gab es auch noch eine kleine Veränderung Äh Schöne Aussicht Man hat jetzt mehr Aussicht auf Natur Wunderschöne Natur Ja Da ist auch noch eine Okay Gut Infektion breitet sich hier aus Corona 2.0 Betrifft dann auch Bäume Wir haben übrigens jetzt hier eine Tür genommen So eine halbe Tür für so eine Klappe Finde ich irgendwie schöner Dann lasst uns mal hier hinten in den Pausenraum gehen Auch noch nicht ganz fertig Hier muss auch noch ein bisschen was gemacht werden Ich habe mit der Kühlschrank Ja hier diese Lampen müssen unbedingt nochmal ein bisschen abändern Und übrigens hat der Kühlraum jetzt Ja wie ihr vielleicht im letzten Video schon gesehen habt Ne Puderschnee So dass man die auch wirklich friert Ja Lassen wir hier raus Es ist kalt Na Rauslassen Dankeschön Mitarbeiter des Monats Hey Genau Hier oben ist dann das Büro vom Chef Mal gucken ob sie wieder schon weiter gebaut hatte Ja Ich sag mal nichts zu diesem Bereich Denn Ähm Ne Sieh mir sein Bereich Hier werde ich nichts ändern Au Ein kleiner Jumpscare Genau Mit der Potato Gun Ach fuck Ich hab die drüber gar nicht mehr Schau mal an Wo ist die denn gemacht? So Hier Potato Gun Da kann man hier Langeweile hat Einfach Drauf schießen Auf jeden Fall ist Michael Statt jetzt umweltfreundlicher Hat ein bisschen sehr viel Wald Ich finde ja wenn man von hier kommt sieht das cool aus Passt mal auf Man kommt jetzt hier so angefahren Also stelle ich das mal vor Man kommt hier angefahren Und dann hat man hier so ein Schöner Waldfront Ist auch noch eine Neuheit Und zwar Hier auf dem Weg kommt ein kleiner Fägenbogen raus Hey Ist ja nicht schön Genau Eigentlich sieht das nur Schneebälle Aber ja Man kann nämlich per Command irgendwie Schneebellen Einen anderen Block zuweisen Auch lustig Dann ist er das weg Wurde mal Dann ist er spawn nicht mehr Er ist ausgebrochen Aus seinem Laserkäfig Oje Wird ja immer schlimmer hier Nehmen wir Sachen wir bauen Das sind mehr Probleme gibt es Naja egal Dann Sag ich mal Macht's gut Und bis zur nächsten Folge Ciao Bis zum nächsten Mal